Hier ist mein Unterschied zwischen unserem normalen Rolltop und unserem Rolltop Big. Beim normalen Rolltop habt ihr drin ein Laptopfach für Laptops bis zu 15 Zoll. Beim Big hingegen ist das Laptopfach seitlich und bietet Platz für 17 Zoll Laptops. Außerdem ist beim Big noch ein Brust- und Hüftgurt mit dabei. Den kann man bei Bedarf aber auch beim normalen Rolltop dazu bestellen. Der kleinere Rucksack hat ein Volumen von 21 Litern und der große hat ganze 35 Litern. Der kleine ist also perfekt für deinen Alltag und der große ist ein super Wickehrend Rucksack.